Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Fractured Butthole. In der letzten Folge haben wir unserem super guten Freund, dem schwulen Fisch, geholfen. Ach guck mal, wir haben auch blonde Haare. Ach doch, ja die Frisur habe ich festgelegt, ja stimmt. So, was war denn unser nächstes Ziel? Karte. Freedom Pals. Geht zum Hauptkartier der Freedom Pals, da bin ich. Ich muss mal gucken, bei den Artefakten hat sich da irgendwas geändert. Ja, wir haben einen Platz bekommen. Ähm, 101. Ah, den haben wir schon. Die sind alle gleich. So. Gut dann. Was machen wir denn jetzt als nächstes? Ja, ich glaube, geht zum Hauptkartier der Freedom Pals, das ist jetzt auch so die Hauptquest, äh. Ja. Dann mal latschen, latschen wir mal ins Versteck. Hau ab. Bist kacke. Ach, ne, wir haben gerade die Schnellreise hier. Tschüss, süß. Ja. F-f-f-f-f-f-f-f-f-f. Wir haben in der letzten Folge unserem schwulen Fischfreund geholfen. Oh, hey, little homie, it's me, Classy. I just wanted to thank your ass for taking down the corrupt police chief. I'm free now, thanks to you. Anytime you need help, you just call on Classy. With an eye and a little dick hanging off the eye, fucking the shit out of the ass. Classy's Brenner, Verbrauchsgegenstand. Oh, wir haben jetzt Classy als Königin der Pfarrerflucht. Geil, als freigeschaltet, die benutzen wir dann. Nice. Äh, ja, wo ich stehen geblieben bin, wir haben unseren kleinen schwulen Freund geholfen, seit dem Moment den Himmel zu befördern. Auf einem Unicorn. Das Regenbogen gepupst hat. So. Guten Tag. Oh nein. Oh. Oh. Ohhhh... Was ist das? Hey, das ist das die neue Kinder? Haha, das ist eine Nachricht für Koen und Freunde. Oh Gott, das ist es! Ich habe etwas, was die neue Kinder möchte. Das ist gut, weil die neue Kinder hat etwas, was ich möchte. Connor, das scheiße, eine Frau! Wollte ein Geld machen, neue Kinder? Wir machen ein Problem! Hey, hör auf, du bist in großen Probleme, wenn du... Bäh-bäh-bäh-bäh-bäh-bäh-bäh-bäh-bäh-bäh-bäh-bäh-bäh-bäh-bäh-bäh-bäh-bäh-bäh-bäh-bäh-bäh-bäh! Ohhhhh! O Tool salute! Wollte sie sehen, wie gesagt, neue Kindi, und du ausforkommst. Oder sie werden nicht sehen, ihre Eltern wieder never wieder. Und тор�s! Or sonst wird sie mehr von dem... Puh-puh-puh! Puh-puh-puh-päh-bäh-bäh-bäh-bäh-bäh-bäh-bäh-bäh-bäh-bäh! Puh-puh-puh! Ha 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 ha! Wo sind sie, wacass? Wo sind sie, blattwie? Wo ist die neue Kinder? Wo sind sie? Wie überhaupt ich wissen? Denn das war für dich! Du hast die neue Kinder Kinder! Denn du wachst die Kinder, die wir mit Freedemanz? Das ist nicht wahr! Eigentlich nicht, ne. Was passiert? Hä? Was soll ich denn jetzt machen? Ich soll was ersetzen. Oh. Ziemlich viel kann ich ersetzen. Ach, ich kann jetzt von allen was nehmen, oder was? Hm. Hey, Butthole. Hat jemand gesagt, dass du für einen Mann ein bisschen schön bist? Dankeschön. Ich bin immer noch ein Mädchen. So, draußen nach dem Kuhn. Dann, ab geht's, out geht's, auf geht's, ab geht's. Der Arsch. All right, new kid. I'm gonna tell you where to go, and you're gonna go there on foot. No fast travel. You got that? The first one is easy. Go to the place, where people get their coffee fix. Better hurry. Tick-tock, tick-tock. Ähm, so Wondertweak. Denk ich mal. Das ist die erste. Aber wo ist die denn nochmal? Tweak, tweak, tweak. Okay, ich war geradeaus. Oder? Wondertweak. Nee, ist scheiße falsch rum. Lülülü. Wir dürfen keine Schnellreise benutzen. Das finde ich aber gemein. Das gefällt mir gar nicht. Nee. Es kann sein, dass es in der Aufnahme leider klingelt. Überraschend. Der Heizungsmann kommt. Halt die Backen. Jemand guckt sich endlich unsere Heizung an. Oh nein. A place where death comes in all shapes and sizes. Go into this door to find what your prize is. Dude, I'm so wasted on this stuff. Ähm, lösen kann das Rätsel. Okay. Ja. Oh mein Gott. Was? Gut, ich sag's jetzt mal schon. Ich sag's jetzt schon mal, äh, die Leute, oder Leute, wir sehen heute einen langen Kampf in der Folge. So. Gucken wir mal, was das jetzt kann. 200 Plapazer quetschte. Da erreiche ich leider nur einen. Hier auch. Hm. Ist eigentlich vollkommen wurscht, was ich gerade nehme, das macht. Okay. Nee, dann bleiben wir mal bei dem. Ich will mal gucken, wie das hier... Ah, einfach nur. Okay. Oh. Oh. Er ist bezaubert. Oh nein. Holy shit. So, hier können wir das hier ganz gut anwenden. Und Rückstoß. Oh, das war sehr toll. Aber wir haben unsere Ultimative-Graf. Sofia, bitte. Es ist doch, es ist doch classy, ja. Oh, heeeell nah. So geil. Hahaha. Ach so, das... Aha. Haben die jetzt... Wie viel Schaden haben die denn jetzt bekommen? Fast gar keinen? What? Okay, die haben fast überhaupt keinen Schaden bekommen. Oh. Oh. Moin. Oh. Ähm, wir müssen doch noch Ultimative-Klopfen. Klapp. Ach so, da war was, ja. Ja, easy für uns, Mann. Mitch Conner holt und 687. Oh, Heilungskrieger. Sammle 40 Kostüme haben wir erledigt. So, jetzt müssen wir immer noch das Rätsel lösen. Kann ich das irgendwo nochmal angucken? Da hinten können wir nicht hin. Ähm, hallo, Maus. Ich hab keine Ahnung. Was ist denn mein Craig? Ach so, ja, oi. Ähm, ich hab keine Ahnung, Leute. Ich hab jetzt auch nicht mehr geschaut. Wie kann man... Ach da. Ja, aber welches Rätsel? Ich hab... Ich hab... Ich hab... Aktive Mission. Ähm. Ja, jetzt habe ich ein Problem. Ähm. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe keine Ahnung. Wir machen es jetzt mal so. Ich beende es. Ich mache mal hier einen Cut. Und dann gucke ich mal in die Aufnahme, was er gesagt hat. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, zack. Da sind wir wieder. Ich habe jetzt geguckt in der Aufnahme. Der Tod kommt dort in vielen Facetten. War das Rätsel. Der Tod kommt dort in vielen Facetten. Die Kirche? Der Tod kommt dort in vielen Facetten. Keine Ahnung. Ach, da hinten ist ein Friedhof. Doch, die Kirche, oder? Oh, jetzt dürfen wir da nicht mal... Warte mal. Hier auch wahrscheinlich. Ähm. Jetzt dürfen wir nicht mal die Schnellreise benutzen. Äh, nein, ganz bestimmt nicht. Einordnen... Hä? Jetzt habe ich... Jetzt habe ich das... Von Corgill nicht gelesen, sondern... Die, äh... Cartman-Scheiße gelesen. Ach, Leute. Ach, Schatz, jetzt... Werde ich hier zuspammt? Ähm, wo kann man denn... Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt geht. Nochmal... Löse kann ich das Rätsel. Überhaupt nochmal nachschauen kann, was gesagt wurde. Doch, die Kirche. Ich könnte schwören, das ist der Platz. Da stehe ich gerade. Ja, wir gehen jetzt einfach mal zur Kirche. Ich kann jetzt hier nichts versprechen. Das ist natürlich ultra langweilig für ein... Das ist halt für ein Let's Play total langweilig, wenn du die ganze Zeit nur am Laufen bist und die Schnellreise auch nicht benutzt. Oder auch benutzen kannst du jetzt in dem Fall. Ich meine, irgendwann... Was will man da reden? Oh, nee. Ja, ist das nicht schon anstrengend genug, dass man hier ständig irgendwelche Leute verklappen muss? Are you really just walking away? Ja? I'm really walking away? Oh. Hehe. Ähm. Ich will nicht kämpfen. Ein Shop? Ein Shop? Also, es ist doch nicht die Kirche. Hä? Ist es die Abtreibestation? Halt deine Fresse! Oh mein Gott! Are you really just walking away? Was könnte... Was könnte... Was könnte... Tod viele Facetten... Ich könnte mir vorstellen... da oben ist... Da oben ist Callgirl... Rhinoplasty auch nicht... Die Bank auch nicht... Was war denn das nochmal? Nein, da auch nicht... Foto-Dojo... Das könnte ich mir noch vorstellen... Also wieder zurück... Also wieder zurück... Ich probiere es da mal... Das kann doch jetzt auch abhängen... ... Entschuldigung... ...Post Office... Da! Oder? Oh... Ja gut, da muss man natürlich auch erstmal drauf kommen... Der Waffenladen... Ach... Da waren wir auch schon alles... Okay... Ab und zu... Halt die Backen... Ab und zu schaue ich nochmal die Ecken ab... Obwohl ich da irgendwas vergessen habe... Oh... Yo... Shit, Alter... Was ist hier passiert? No, 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 no... Let gay fish be gay fish... That's what I'm saying... Sure, you don't understand it... How could you? Just let gay fish be gay fish... What's the gay fish doing, they say... That's my great challenge... That's the weight on my shoulders... To bring understanding to the people... You understand? Well, I... But how could you? You're working from an old model... I'm an original... You know, artists come up to me all the time... They like gay fish... Where do you give inspiration? And that's all wrong... Right, or we don't get paid... I always had it... I popped out of the fish egg... And I was a gay fish... Day one... Original... And gay fish is something that can't be changed... Because it's in... So, you stopped my riddle, huh? You're not as dumb as I thought... You see the guy standing over there? Take a selfie with him... Do it now, your mom is gonna suffer... Hello, little miss... Crime fighting's not a game, vigilante... You're gonna get somebody killed... You're getting close, new kid... But to find me, you're gonna have to stop one more riddle... I am a place where seats hang from chains... Part desert, part jungle... Where happiness reigns... Jetzt habe ich wieder nicht darauf geachtet... Würde ich mich eigentlich verarschen? Irgendwas mit Dschungel... Ich bin am... Oh, da sitzt er an mir... Ach so, das ist der Spielplatz, oder? Ich denke, das ist der Spielplatz... Teil Dschungel, doch, das müsste stimmen... Jetzt muss man so ewig mal wieder laufen... Wo ist denn der Spielplatz jetzt? Ach, da unten, oh mein Gott... Vielleicht cutte ich das auch echt zusammen... Weil hier passiert ja eigentlich nichts... Ja... Hallo... He told me if I didn't do what he said... He do horrible things to my patio... Get a selfie with her... Do it now! I'm sorry... He said he would... Woohoo! Poop on my patio... What was I supposed... That should just about do it... Sorry kid, I have what I need now... See you around! Ähm, okay... Instagram... Ach, wir machen einfach nur Werbung für ihn... Er benutzt uns einfach nur... Damit wir für ihn Werbung machen... Hallo? Alle, schnell! Schneller! Los! Gut, dann würde ich aber sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge... Dann mache ich hier einen Cut... Ich habe wahrscheinlich die Folge ein bisschen zusammengeschnipselt... Ähm... Weil dann diese Wege ohne Schnellreise sind doch echt ätzend... Äh... So, jetzt einfach noch... Wie laufen die Straßen noch zu Ende? Und, äh... Oh, mir knurrt auch der Magen... Ich muss echt was essen... Eine halbe Stunde fängt der Livestream an... Oh, nee... So, was ist denn hier los? Alles nur am Kämpfen hier... Ist die Town Hall... Hier ist das Community Center, ne? Ja... Gut, dann mache ich mal hier ein Folgenpäuschen, bevor ich jetzt hier anfange... Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge hoffentlich wieder... Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen guten... Ich glaube schon wieder einen wunderschönen guten Tag... Einen wunderschönen Tag... Und... Haut rein! Bis dann! Ciao!